Wenn ich das wüsste, dann würde ich, wenn ich es denn dürfte, viel Geld drauf wetten. Aber das ist uns untersagt. Nee, also ich weiß es nicht. Extrem spannendes Setup. Ich hätte vor der Saison und auch während der Saison nicht unbedingt auf dieses Finale gewettet. Aber ich glaube, dass beide Teams einen unterschiedlichen Saisonverlauf genommen haben, aber beide auch zurechterstehen. Wer immer in letzter Sekunde über den Kick das Ding gewinnt, der steht dann auch irgendwie verdient im Finale. Und insofern kann ich nicht sagen, wer es gewinnt. Ich freue mich auf ein gutes Spiel und hoffentlich so viel Spannung, wie es da in den Playoffs jetzt üblicherweise der Fall gewesen ist.